Nachhaltig leben Ein bisschen nervig klingt sie schon, aber die Fahrradklingel hat wesentlich mit einem Nachhaltigkeitsprojekt im Magistrat der Stadt Graz zu tun. Es nennt sich Klimalicht. Das Licht sind jene Kolleginnen und Kollegen, die einen Monat lang ohne Fleisch, also vegetarisch und ohne Auto gelebt haben. Wenn Gudrun Rhönfeld von der strategischen Personalentwicklung vom Licht spricht, dann meint sie sich und ihre Kolleginnen und Kollegen des Magistrats Graz, die sich für das Klima einsetzten. Im Sommer 2024 stellte eine Gruppe öffentlich Bediensteter ihren Alltag um. Julia Wohlfahrt, die zweite Initiatorin des Projekts Klimalicht, schildert, wie ihr Tag verlief. Ganz einfach, man steht in der Früh auf, man macht sich ein Müsli, dann bringt mein Partner unser Kind in die Kindergrippe mit dem Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro, dort gibt es auch die Möglichkeit in der Kantine vegetarisch zu essen oder man nimmt sich selber was mit. Und dann geht man zu Fuß, fährt man nach Hause mit dem Fahrrad und lebt ganz normal wie auch sonst. Wie alt ist das Zwergelein? Zwei. Das heißt also, auch das Kind war dann fleischlos, das eine Monat? Ja, bei uns gibt es prinzipiell wenig Fleischprodukte. Es hat perfekt gepasst und prinzipiell liebt sie eigentlich, seit sie angefangen hat zu essen, Brokkoli. Ja, genau. Gudrun Rhönfeld erzählt, wie es ihr und ihr Mann in dem einen Sommermonat ganz ohne Auto und Fleisch ergangen ist. Mein Mann, der berufsbedingt auch ab und zu mit dem Auto fährt. Er ist Architekt und hat dann doch auch Wege in anderen Bundesländern. Er ist entweder mit dem Klimaticket gefahren oder in diesem Monat eben mit einem Kollegen im Auto mitgefahren. Das heißt, das war schon möglich, eben nicht selbst Auto zu fahren, sondern mitzufahren. Insgesamt waren 14 Magistratsbedienstete und Mitarbeiter der Grazer Holding im Team plus deren Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. In Summe 30 Personen, sagt Julia Wohlfahrt. Jede Person im Haushalt bekam das Klimaticket Steiermark, ein Fahrrad und wenn nötig auch ein elektrisches Lastenfahrrad. Das Privatauto war tabu. Genauso wie Schweinsbraten, Schnitzel oder Rindsrouladen. Und, weil wir sagen, das Thema Ernährung ist eben auch auf persönlicher Ebene so ein großer Hebel, gab es jede Woche von einem lokalen Grazerbetrieb ein Gemüsekistel nach Hause geliefert. Und der hat es mit dem Dieselauto gebracht? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Wahrscheinlich. In einem Lieferwagen fahren sie immer die Runde. Ganz aufs Autofahren mussten die Teilnehmenden des Projekts Klimalicht dennoch nicht verzichten, sofern sie ein Carsharing-Fahrzeug benutzten. Es hat sich extrem lustig angefühlt, neue Erfahrungen zu machen, Dinge und Routinen einfach mal aufzubrechen im Alltag, also sowohl beruflich als auch privat. Um sich dann auch persönlich auszutauschen. In den sogenannten Reflexionsrunden berichteten die Teilnehmenden aus der Praxis. Jetzt bin ich ein letztes Mal gemein, ich könnte ja schummeln. Ich denke, da haben wir wirklich ein Umfeld geschaffen, wo ganz klar war, Scheitern ist erlaubt. Wir haben auch zum Beispiel eine Kollegin, die ein Fahrrad eben für den Weg zum Bahnhof genommen hat und dann mit dem Zug nach Graz einpendelt. Die hat einmal eben gesagt, es hat so geschüttet, dass ich für diesen Weg von zu Hause zum Bahnhof das Auto verwendet habe. Der Schulwart, die Archivarin, der Abteilungsleiter. Es beteiligten sich Angestellte unterschiedlichster Bereiche. Ihnen standen auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Rede und Antwort. Die Stadt Graz hat mit 12.000 Euro das Projekt unterstützt und so das Klimalicht entzündet. Mit dauerhaften Verhaltensänderungen. Es haben tatsächlich zwei von diesen 14 Haushalten ein Auto verkauft nach dem Projektmonat. Ein weiteres Moped ist verkauft worden und der Großteil nutzt tatsächlich jetzt unter der Woche nur noch das Fahrrad für alltägliche Wege ins Büro oder für die Freizeit. Es ist tatsächlich so, dass in diesem Monat, wo die Leute einfach nur Umstellungen ja vorgenommen haben im Bereich Essen und Mobilsein, eine Reduktion in den Emissionen vom CO2-Fußabdruck erreicht werden konnte von bis zu 80 Prozent. Das war Nachhaltig Leben mit Ilse Huber.